Mein Leben stinkt. Haha, ich bin du in einem Paralleluniversum. Ich bin Bassist in einer sehr berühmten Metalband. Ich lege den ganzen Tag nur Bitches flach und bin rotzbesoffen. Wenn du ich sein willst, kannst du das für einen kleinen Oberus. Überweise mir einfach eine Quadrillionen an Internet-Währung. Wie wär's? Das ist ein guter Plan. Ich werde das sofort mit dieser App erledigen, die von einer sehr großen und allumfassenden Firma erstellt wurde. Die natürlich keinerlei perfide oder bösartige Pläne schmiedet. Jetzt bin ich er. Ihr denkt euch jetzt, was soll dieser Scheiß? Was soll dieses Intro? So ähnlich läuft's aber in Infinite Vacation ab. Ein Comic, das mich dermaßen hart geflasht hat, dass ich danach da saß und mir gedacht habe, boah, mein Gehirn tut weh. Wer denkt sich sowas aus? Gott, ist das verrückt. Aber irgendwie auch logisch. So unlogisch, wie es ist. Und damit ihr versteht, was ich hier überhaupt labere, hier die Story. Stellt euch vor, es gibt unendlich viele Paralleluniversen, die einfach nur dadurch entstehen, dass ihr euch in einer gewissen Situation einfach anders entschieden habt. Sprich, ihr habt euch zuerst den linken Schuh zugebunden, statt den rechten. Ein anderes Ich von euch hat sich aber den rechten Schuh zuerst zugebunden. Das heißt, dieses Ich existiert in einem Paralleluniversum. Das ist die Grundlage eigentlich dieses ganzen Comics. Unendlich viele Paralleluniversen mit unendlich vielen Kopien von dir, uns, euch. Der Hauptprotagonist in diesem Comic ist Mark. Mark ist ein ziemlicher Loser, der keine besonderen Eigenschaften hat. Außer, dass er ziemlich davon besessen ist, dass das Universum oder diese Dimension, in dem er lebt, ziemlich langweilig ist und er eigentlich auf der Suche ist nach einem Neuen. Nachdem er dann ziemlich viele Leben ausprobiert hat und irgendwie in keins so richtig reinpasst, fällt ihm auf, dass ziemlich viele seiner Parallel-Ichs sterben. Bei einer unendlichen Anzahl von Paralleluniversen ist es natürlich logisch, dass unendlich viele Marks unendlich oft sterben, weil jede Sekunde stirbt einer in irgendeinem Paralleluniversum, weil man halt einfach mal nicht nach links und rechts über die Straße geguckt hat, bevor man den Bus erwischt. Das ist ja logisch, irgendwie. Versteht ihr mich noch? Er ist auf jeden Fall der Meinung, es hat was mit ihm zu tun und fängt an zu forschen. Hier hätte man sich dann auch irgendwie verlaufen können und unendlich viele Marks mit unendlich vielen Eigenschaften und unendlich vielen Leben irgendwie darstellen können. Das passiert aber nicht, da im Original das Comic nur vier Hefte hat. Ich habe mir die Hardcover-Version gekauft, die ist ziemlich geil und schaut auch noch ganz gut aus. Fühlt sich auch gut an, riecht auch richtig lecker. Wichtig ist, dass die Story wirklich ziemlich straight durchgeht und das finde ich richtig gut, weil es hätte auch langweilig werden können. Aber nein, man bleibt immer in der Thematik drin. So, auf jeden Fall weiter im Kontext. Ich will euch jetzt hier auch wieder mal nicht die ganze Story erzählen. Wichtig ist einfach irgendwie, dass die Grundlage eben diese diese quantenphysikalische Gehirnmatsche ist, die einfach sagt, stellt euch vor, ihr könntet wählen, wer von deinen Parallelichs du bist. Und das ist schon echt ziemlich abgefahren. Alles in allem ist zu sagen, storytechnisch hat mich dieses Comic einfach völlig weggeblasen, muss man gelesen haben. Wichtig bei dem Comic ist einfach, dass es den Anschein macht, dass es wirklich gut recherchiert ist. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass was da drin steht, stimmt. Natürlich ist es überzogen und irre und Wahnsinn, dass man mit einer App ein Leben tauschen kann. Da sind wir ja auch gar nicht. Aber so von der Theorie her mit den Paralleldimensionen und den unendlichen Ichs... Hammer. Da ich von euch das Feedback bekommen habe, dass die Artist Infos hinten im Video besser aufgehoben sind für die Leute, die es dann wirklich interessiert, mache ich das jetzt auch und mache jetzt weiter mit den Bildern. Die Illustrationen sind von Christian Ward und ich muss sagen, sein Style passt halt perfekt zu der Thematik. Er hat so einen vertrippten Stil, der irgendwo zwischen Aquarell und Vektorzeichnung hängt, obwohl er alles mit der Hand macht. Und jedes Mal, wenn er was darstellen muss, wo man sich denkt, oh Mann, wie soll man das denn darstellen, schaut man sich den ganzen Kack an und denkt sich, boah, Alter, Gehirnficke. Es ist geil. Es ist wirklich geil. Ich lobe selten sowas so hoch, aber das Buch hat's. Ja, fuck. Also man fühlt sich einfach die ganze Zeit wie auf einem LSD-Trip. Das Buch beinhaltet einfach alles, was so ein krasses Thema braucht. Du hast eine schöne Erzählführung durch die Panels. Und es sind Seiten zum Aufmachen dabei, wo einfach fette, bunte Explosionen drauf sind. Als ich das Heft zum ersten Mal durchgeblättert habe, hat mich eigentlich gestört, dass auch Fotos drin sind. Da habe ich mir gedacht, das ist alles so geil illustriert und dann Fotos? Ernsthaft? Haben die da keinen Bock mehr gehabt oder was ist da los? Nein, es passt eigentlich auch schon ziemlich gut dazu. Und ich finde es ganz witzig, dass manche Passagen eben mit Fotos gelöst haben, weil es auch einfach immer so für sich steht. Das ist doch schon auch ganz gut gelöst. Auch wenn ich sage, Fotos im Comic finde ich eigentlich nicht so cool. Ich fasse mich heute ein bisschen kurz und sage jetzt nur noch schnell was über die Artists. Nick Spencer hat zum Beispiel geschrieben für DC bei Superman und für Marvel bei Ant-Man, bei Marvel's Avengers, bei Spider-Man. Boah, also der hat schon ziemlich viel gemacht. Und Christian Ward macht eigentlich ziemlich viel als freier Illustrator und hat auch für DC und Marvel gearbeitet. Auch eher wie eigentlich, soweit ich alle bei Image, eher mehr für Marvel als bei DC. Und bevor die Batterie alle ist, sage ich noch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf der Endcard und... Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Es tut mir wahnsinnig leid, dass es so unglaublich lange gedauert hat, einen nächsten Comiccast zu produzieren. Es lag einfach da drin, dass ich umgezogen bin, Geburtstag gefeiert habe, Let's Plays aufgenommen habe. Äh, noch Musik macht, zeichne, arbeiten muss, irgendwann mal kochen, essen, schlafen und sonst irgendwas. Ich will hier nicht rumjammern, aber cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, für dieses Heft was zu machen. Man merkt es glaube ich auch, ich feiere es halt einfach hart. Ähm, hier noch zwei Videos oder da, ich weiß jetzt noch nicht wie ich die Endcard gestalte. Und ich bitte um Feedback, ich bitte um Comicbuch Vorschläge, alles was ihr habt, ab in die Comments. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich und Servus!